Herzlich willkommen zur Welt der Werkstoffe. Mein Name ist Professor Bonnet. In diesem Video wollen wir uns mit dem Dauerschwingversuch beschäftigen. Unter den Werkstoffprüfverfahren haben die meisten von Ihnen sicherlich bereits den Zugversuch kennengelernt. Als quasi statisches Prüfverfahren liefert er uns wichtige Kennwerte wie die Streckgrenze, die Zugfestigkeit und die Bruchdehnung. Viele Bauteile einer Maschine werden aber in der Praxis nicht statischen, sondern dynamischen Belastungen ausgesetzt. Die Kennwerte einer statischen Werkstoffprüfung sind hier dann nur noch bedingt übertragbar. Am 19. Oktober 1875 entgleiste auf der österreichischen Westbahn die Lokomotive Amstetten infolge eines gebrochenen Radreifens. Für die damaligen Konstrukteure kam dies sehr überraschend. Der Ingenieur August Wöhler erkannte, die durchgeführten Berechnungen und die daraus resultierende Werkstoffauswahl und Dimensionierung waren unzureichend, weil sie sich lediglich auf eine statische Belastung bezogen, da zu dieser Zeit dynamische Belastungen noch nicht gesondert betrachtet wurden. Aus diesem Grund haben sich mit der Zeit auch dynamische Werkstoffprüfverfahren etabliert, die für solche Anwendungsfälle eigenständige Werkstoffkennwerte ermitteln. Allen voran der nach August Wöhler benannte Wöhlerversuch, den ich im folgenden mit Dauerschwingversuch bezeichnen werde. Der Dauerschwingversuch bestimmt die Schwingfestigkeit eines Werkstoffs. Der Begriff Festigkeit sollte Ihnen an dieser Stelle bereits vom Zugversuch bekannt vorkommen. Er definiert, wie sehr ein Werkstoff beansprucht werden kann, bis es letztlich zu einem Werkstoffversagen kommt. Die Zugfestigkeit ist dabei die maximal zulässige, ertragbare Spannung. Bei der Schwingfestigkeit im Dauerschwingversuch steht nicht mehr alleinig ein bestimmter Spannungswert im Fokus, sondern die Anzahl von zyklischen Belastungen, Groß N, die eine Probe bei gegebenen Spannungswerten bis zum Bruch erfahren kann. Das heißt, die Anzahl der Lastwechsel bzw. Lastspiele oder auch Schwingspiele genannt. Es kommt also eine zeitliche Komponente hinzu, die es zu berücksichtigen gilt. Bei einem Versagen spricht man beim Dauerschwingversuch von einer Ermüdung des Werkstoffs. Ein für dynamische Belastungen charakteristischer Ermüdungsbruch ist die Folge. Was die Dynamik von der Statik unterscheidet, ist die Tatsache, dass unterschiedliche Spannungszustände innerhalb eines einzigen Lastwechsels auftreten. Aus diesem Grund müssen wir uns zunächst einmal das Bild eines idealen klassischen Schwingspiels näher ansehen. Aus diesem können wir die folgenden Spannungsgrößen erkennen. Die Oberspannung Sigma O, die Unterspannung Sigma U, die Mittelspannung Sigma M und die Spannungsamplitude bzw. der Spannungsausschlag Sigma A. Zur besseren Veranschaulichung rufen wir uns am besten noch einmal das Beispiel der Lokomotive in den Sinn. Genauer gesagt die Radsatzwelle, von der der Unfall ursprünglich ausging. Ist die Lokomotive in Bewegung, befindet sich die Welle in einer Rotation. Dabei ist sie einem Teil der Gewichtskraft der Lokomotive ausgesetzt. Orientiert man sich nun an einem festen Bezugspunkt an der Welle, hier ein Stück der Randfläche, lässt sich erkennen, dass sie innerhalb einer Umdrehung verschiedene Spannungsgrößen durchläuft. Die Gewichtskraft der Lokomotive führt hauptsächlich zu einer Biegung der Welle. Da eine Biegung aus den Normalspannungen Zug und Druck besteht, ist davon auszugehen, dass dieser Verlauf ebenso auf das Stück der Randfläche übertragen werden kann. Sind die Eckdaten von Ober-, Unter- und Mittelspannung bekannt, ist es möglich, die Kenngrößen über die folgenden mathematischen Zusammenhänge auszurechnen. Die Mittelspannung Sigma M resultiert aus dem Mittelwert von Ober- und Unterspannung, also Sigma O plus Sigma U halbe. Die Spannungsamplitude, beziehungsweise der Spannungsausschlag Sigma A berechnet sich aus der Differenz von Ober- und Mittelspannung, also Sigma O minus Sigma M, oder auch der Hälfte der Differenz aus Ober- und Unterspannung, also Sigma O minus Sigma U halbe. Und das Spannungsverhältnis Kappa, welches der Quotient von Unter- und Oberspannung ist, also Sigma U dividiert durch Sigma O, repräsentiert. Das Spannungsverhältnis Kappa, das an dieser Stelle womöglich ein wenig abstrakt erscheint, hilft uns im weiteren Verlauf, ein gegebenes Schwingspiel nach seiner Beanspruchungsart zu definieren. Denn ein solches Schwingspiel zeichnet sich darüber hinaus maßgeblich darin aus, in welchem Spannungsbereich es auftritt. Als Referenz sehen Sie hier zunächst eine statische Beanspruchung über die Zeit. Eine sogenannte schwellende Beanspruchung liegt vor, wenn die Schwingung ober- oder unterhalb der Beanspruchungsnulllinie verläuft. Dabei bestimmt das Vorzeichen, ob eine Zug- oder Druckspannung vorliegt. Eine wechselnde Beanspruchung liegt hingegen vor, sobald die Nulllinie durchdrungen wird. Ist das Spannungsverhältnis Kappa bekannt, kann die Beanspruchungsart damit einfach kategorisiert werden. Eine Besonderheit an diesem Beanspruchungsfall ist, dass natürlich nicht durch Null geteilt werden kann. Deshalb wird die Oberspannung als infinitesimal kleiner Grenzwert angenommen und Kappa entsprechend unendlich groß. Kommen wir nun zum Diagramm eines abgeschlossenen Wöhler-Versuches. Hierbei wird die Spannungsamplitude Sigma A der Schwingspielzahl N gegenübergestellt. Die dargestellte doppeltlogarithmische Auftragung ist nach DIN 50100 die üblichste. Die Ergebnisse eines Wöhler-Versuches resultieren qualitativ in einem Graphen der Wöhler-Kurve. Sie wird folgendermaßen gelesen. Schneidet der Wert der Spannungsamplitude eines definierten Schwingspiels nach X Lastwechseln die Wöhler-Kurve, setzt ein Ermüdungsbruch ein. Die Spannungs- und Schwingspielzahlwertepaare markieren dementsprechend die dargestellte Bruchkennlinie, die die Probe in zwei mögliche Zustände einteilt. Ein Bruch ist entweder aufgetreten oder noch nicht erfolgt. Eine Wöhler-Kurve wird in der Regel in drei Zeitbereiche eingeteilt, die mit ihren charakteristischen Kennwerten eine Klassifizierung der Schwingfestigkeiten erlaubt. Einmal gibt es den Kurzzeitfestigkeitsbereich, auch Low-Cycle-Fatigue-Bereich genannt, in dem es relativ früh nach nur wenigen Lastwechseln zu Ermüdungsbrüchen kommt. Dann den Zeitfestigkeitsbereich, auch High-Cycle-Fatigue-Bereich genannt, in dem die Probe vergleichsweise mehr Schwingspiele ertragen kann, aber mittelfristig dennoch Ermüdungsbrüche erfährt. Und den Dauerfestigkeitsbereich, in dem aller Voraussicht nach kein Werkstoffversagen auftritt und langfristig der Beanspruchung standgehalten werden kann. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass Wöhler-Diagramme eines Werkstoffs auch immer einer festgelegten Beanspruchungsrichtung und Beanspruchungsart entsprechen. Demnach ergibt sich für jeden vorliegenden Fall eine individuelle Wöhler-Kurve, die ihre eigenen Kenndaten bereitstellt. Es wird unterschieden in Zugdruckdauerfestigkeit, Biegedauerfestigkeit und Torsionsdauerfestigkeit. In unserer qualitativ gezeichneten Wöhler-Kurve könnte man nun beispielsweise anmerken, dass sie ausgehend vom Werkstoff S235 entstanden ist, eine rein wechselnde Beanspruchung vorliegt und auf Biegung belastet wurde. Zu den wichtigsten Kennendaten einer Wöhler-Kurve gehören die Grenzschwingspielzahl n, gr, ab der die Dauerfestigkeit sigma d gilt, die Bruchschwingspielzahl n, b, ab der die Zeitfestigkeit gilt, sie markiert in der Hinsicht den Beginn der Zeitfestigkeitsgeraden. Das Wort gerade ist hier ein wichtiges Stichwort, denn grafisch wird bei der doppellogarithmischen Auftragung ab der Bruchschwingspielzahl die Wöhler-Kurve linear bis sie in den Übergangsbereich der Dauerfestigkeitsgeraden verläuft, die Dauerfestigkeitsschwingspielzahl n, d, die den Schnittpunkt der Dauerfestigkeit und Zeitfestigkeitsgeraden darstellt, und die Zugfestigkeit r, m, die den statischen Fall am Schnittpunkt mit der y-Achse entspricht. Allgemein beginnt der Bruchschwingspielzahlbereich bei etwa 10 hoch 4 bis 10 hoch 5 Schwingspielen und die Grenzschwingspielzahl bei etwa 10 hoch 7 Schwingspielen für Stähle sowie bei etwa 10 hoch 8 Schwingspielen für Leichtmetalle und Kupferlegierungen. Für den Maschinenbauer gehören die Begriffe Dauerfestigkeit und Zeitfestigkeit zur Tagesordnung. Im konstruktionstechnischen Prozess ist für den Ingenieur vor allem der Dauerfestigkeitsbereich interessant. Das Bauteil soll bestenfalls für immer halten und demnach orientiert man sich bei der Auslegung und Dimensionierung daran, im dauerfesten Bereich zu bleiben. Ist dies nicht möglich oder für den Anwendungsfall notwendig, wird zumindest eine Zeitfestigkeit angestrebt. Des Weiteren gibt es auch eine Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Wöhlerkurventypen, bei denen der Charakter der Dauerfestigkeitsgeraden auseinander geht. Sie sehen hier ja bei der angepassten Wöhlerkurve, wie beim Typ 1 die Dauerfestigkeitsgerade wie bisher hergeleitet horizontal ausläuft, während beim Typ 2 eine anhaltende Absenkung zu erkennen ist. Neben einschneidenden externen Einflüssen auf eine Probe wie Temperatur, Korrosion oder zeitweiligen Überbelastungen ist vor allem der Gittertyp eines Werkstoffs maßgeblich für die Abgrenzung der auslaufenden Dauerfestigkeitsgeraden verantwortlich. Typ 1 entspricht hierbei nämlich dem Verhalten von KRZ-Metallen, während Typ 2 dem Verhalten von KFZ-Metallen entspricht. Es ist zu erwähnen, dass in der Forschung heutzutage über das Bestehen der Sachlage zwar ein Konsens herrscht, aber die Frage, weswegen überhaupt grundsätzlich ein fortwährender Schwingfestigkeitsabfall zustande kommt, immer noch umstritten ist. So möchte ich nur festhalten, dass es wichtig ist zu wissen, dass es diese Unterscheidung gibt. Dies schließt an dieser Stelle den ersten Teil des Themas des Dauerschwingversuchs mit den theoretischen Schwingfestigkeitsgrundlagen ab. Im zweiten Teil werden wir dann etwas mehr in die Praxis eingehen und uns anschauen, wie so eine Wöhlerkurve überhaupt entsteht und so Stück für Stück den sogenannten Dauerfestigkeitsschaubildern hinarbeiten. Sie stellen für den Ingenieur das wichtigste Hilfsmittel bei der Arbeit mit Schwingfestigkeiten dar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.